Guck ihn dir an! Du musst vorsichtig sein wegen der Kamera, du wirst doch kein jemand mit der Kamera. Ich weiß nicht. Aber hier kommt der ganze Dreck mit dran, das ist gar nicht so, oh scheiße, ist kaputt. Ich hab' kaputt gemacht! Wer Angst hat, der wird ausgelacht, wir wollen rudeln gehen. Hallihallo! Hallihallo! Weißt du auch, das ist doch... Reicht die Kopfhörse? Jetzt hat der einen riesen Kopf. Ja, ja, das reicht schon. Der ist großartig. Der ist ganz großartig. Und was für einen tollen Ausblick gehabt. Und jetzt, was machen wir? Du musst jetzt neben dem Stehmann stehen. So?